Sonntag, 22. Februar, 13.30 Uhr, Hamburg gegen Aue, 4 zu 0. Daniel Heyer-Hernandes, Rick Van Dorkilin, Tim Lollibold, Jasa Foknoman, Gideon, Jarni Dudzak, Sonny Gittel, Aaron Hund, Andrian Fein, Lukas Hinzer, Martin Mark, Martin Mennel, Marco Mithivik, Fabian Kaling, Thüringen Konter, Philipp Krusik, Clemens Reynandisch, Jan Hunscheid, Tom Baumgart, Philipp Reynandisch, Schrift, ja, darf ich nach, Paschal, der dort, 22.03 Uhr, Schade. Schade.